10 Gold Pre-Pods, stärker Pre-Pods Die alten aus Vandavia Und? Gönn doch mal! Vandavia? Nein! Was was sagen, Alter? Gönn mal! Ich hab keine mehr! Ein richtiger Ungönner Ich hab in unsere zukünftigen Kills investiert gerade Deswegen gibst du sie dem DK Ja, der kann sich auf einen Krieger tun Aber erstens Du musst dich auf einen Krieger tun Aber erstens Du musst dich auf einen Krieger tun Aber hier gelang eine auf der Gildbank Und wir hatten nur Vanessa als Stärkecharakter Und die ist halt nie mitgekommen Oder immer diese Vanessa Aber ein paar Charaktere für sie gemacht Und ja Hat sich ja nie genommen Da kann ich selber Oto geben Finde ich Bringt richtig Ja, diese Tonnenweiße Kräuter sind ja auch noch auf der Kildenbank Aber die hab ich jetzt nicht runtergenommen Und so die eiserne Reserve Falls mir jemand schlecht geht Wenn jemand verkaufen muss Oh, ich suche ihn nicht auf dem Spiel Man hat auch noch zu hoch auf die Bank Das ist nur 21 mal der Sartius hergestellt Mal gucken, was er dirbt Besser Besser als mir jetzt schnell Kohle zu machen Und vor allem auf die Idee kommen Besser als mir jetzt schnell Kohle zu machen Ja, das wird sich doch jetzt in die nächsten Wochen verlaufen Einfach schon wegen der Tatsache Aber das Dass es verlängert wurde Ja, denke ich mal So, die hätten wir erstmal auch gekauft Jetzt haben wir 27 Alter, der Friined Bonefish verschwindet jetzt ja auch wenn man reingeht Was soll denn die Scheiße? No. What have you done? I will make you suffer No! What have you done? I will make you suffer Ich hasse diese Äxte. Und die Äxte sage ich Easy Boss. Ja genau. Leider dabei. Muss jetzt ein aufs Laol. Also das hätten sie sich sparen können. Die Fähigkeiten sind sparen können. Hat das gesagt? Ja. Bei vielen Sachen. Bei Laol besteht der Boss dann immer nur noch aus einer Fähigkeit. Ja die sind einfach auch zu merken ne. Drei zeiglich. Aber ich würde es halt gern verstehen. Aber ich verstehe es nicht. Verstehst du einiges nicht? Was willst du jetzt tun? Junge. Junge. Alter. Junge. 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 Light be with you. You are too late, hero! Levia's power is mine! Using her knowledge, my minions will infiltrate the Kira Torr and dismantle it from the inside! Even now, my Seahard, tempt your weak-willed mages! Your allies will surrender willingly to the Legion! But first, you must be punished! Attack my pretties! No! What have you done? I will make you suffer! Dude, I just had a really good try, right? The truth was, it was 25% of the enemy came in front of me, right? Did they put something on there? My thing is ice, okay. Hmm. But better. What do you need for this fried bonefish, Mats? Well, bonefish is probably right. I will make you suffer! No! What have you done? I will make you suffer! I will make you suffer! No! I will make you suffer! I will make you suffer! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Luft raus Der Bastard war schon so oft mit seinem Endrage jetzt Wenn du im Endrage bist, dann sind die nur noch im Endrage Ich weiß, boah, das ist trotzdem etwas belastend Ey, Chen, ich mach's mir grad, Oli Out of Venice, okay Ist das Sub oder ist das Täusch? Äh, Asser Ah, Asser Ah, Asser Outlaw hat auch Agatha und Sub hat den im Auge Ah, okay Ah, hast du das mit dem Schurklang noch geschafft, Oli? Ja Einfach nur Klinbrücke auf eins, ne? Oh, easy Protect me, my children! I will give you the power! No! What have you done? I will make you suffer! No! What have you done? I will make you suffer! Not me Uh You Protect me, my persistence is annoying! I Nein! Was hast du getan? Ich werde dich so schwer! Was hast du getan? Ich werde dich so schwer! Das ist dein Kampfschrei! Das ist der Kampfschrei! Das ist der Kampfschrei! Das ist der Kampfschrei! Das ist der Kampfschrei! Ich find's aber insane, ich find die Elze zu machen Die Elze zerficken mich einfach Nein! Was hast du getan? Ich werde dich sohre! Nein! Nein! Meine Freude! Ich werde dich sohre! Ich werde dich sohre! Ich werde dich sohre!